Heiliger Vater, vergib mir, denn ich habe gesündigt. Es ist schrecklich, aber ich werde ein Jahr älter. Es gibt nur einen einzigen Weg, um dich von deinen Sünden zu befreien. Du musst binnen 48 Stunden nach der Jährung der Misere zusammen mit deinen Jüngern und Jüngerinnen in einem Akt der Festlichkeit der Unschuld gedenken. Dies soll geschehen in deinem bescheidenen Heim in der Motzstraße 5. Klingeln bei Kremio. Lade für 21 Uhr und serviere Speis und Trank, sodass ihnen an nichts mangelt. Aber Vorsicht sei geboten. Mein Kind, möge kein Tropfen Alkohol eure Lippen benetzen und absolute Keuschheit walten. Stattdessen erfreut euch ein züchtiger Nächstenliebe und singt fromme Lieder. Unschuld stehe über allen. Lobet und preiset den Herrn. Amen.